Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu They Are Billions. Jo, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und wir sind immer noch surrounded von Zombies. Surrounded bedeutet so viel wie umzingelt. Wer hätte das gedacht? Und ja, irgendwie überlege ich jetzt erstmal wie wir hier weitermachen, weil sehr viel Platz zum Ausbauen haben wir auch nicht. Ressourcen werden langsam knapp. Hier müssten wir was reparieren. Unsere Windmühle wurde da angeschlagen, wie ich gerade sehe. Habe ich eigentlich schon eine Schreinerei gebaut? Ich glaube nicht, oder? Ja, komm mal klatsch über hier hin, damit wir Farmen erforschen können. Kann ich noch irgendwo Jagdhütten hinsetzen? Ich glaube ich habe mein Maximum längst erreicht, oder? Genau, rückt mal ein paar Meter auf. Weil früher, später, müssen wir die Karte halt gecleared bekommen. So. Komm mal, da kommt schon der Zug. Das ist doch schön. Der bringt uns neue Arbeiter. Nicht so viele wie ich gerne hätte, aber hey. Und dann sollten wir uns mal vielleicht noch überlegen, wie wir unser Gebiet hier erweitern können. Ja, aber momentan sieht es halt noch nicht so erweiterbar aus. Ja, es better be good. Und schießt du auf etwas hier. Genau, du machst einfach mal weiter im Text. Nö, du wirst nicht bezahlt. Oh, das sind ja richtig viele hier in der Gegend. Mhm. Wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Und bald ist die Schreinerei fertig. Das ist doch schön. Dann erforscht mir das erstes Farmen oder Häuser. Ich würde mal sagen Farmen. Genau. Wir müssen ja auch gucken, wie wir unseren Platz hier nutzen. Und dann sollten wir auch mal schauen, dass wir mal an eine Kaserne rankommen. Dafür brauchen wir 20 Steine. Hammer. Ist doch schön. Kommst du mal hier hin? Moment, da wollte ich nicht hin. Ah, hallo. Können wir mal bitte auf, mich zu verklicken? Danke. Oh, Zelle kann ich mir nicht leisten, da wir keine Nahrung haben. Wer hätte das denn gedacht? Aber bald haben wir, wie gesagt, unsere Farben. Dann läuft das. Nee, ich bin nicht sicher. Genau, du machst da mal alleine weiter. Meine Maus verzieht immer so leicht. Und das wohl liegen mag. Man weiß, es ist nichts. Auf jeden Fall könnten wir hier mal so eine Erweiterungs-Dingskirchen herstellen. Oh, unser Sniper bekommt Probleme. Kann ich dir da Hilfe zukommen lassen? Überlebst du das? Na komm. Wunderbar. Das war knapp. Ja, wunderbar. Ah, so. Jetzt kann man die erste Farben hinsetzen, wenn wir genug Dingskirchen hätten. Wir haben auch genug Dingskirchen. Ist doch schön. Dann kommen die 62, nehmen wir hier mit. Und die 54. Dann passt die Sache. So. Ähm, Forschung. Ich würde mal sagen, dann graden wir mal unsere Häuser ab. Jawohl. Jawohl. Hm, Holz fehlt. Das ist ein allgemeines Problem bei uns. Weil Strom wird ja auch langsam knapp. Knappe, die knappe, die knapp. Ja, komm hier hin. Dann haben wir keine Arbeiter mehr. Gut, solange die Farben nicht... Uh, guck mal, wer sich da herangeschlichen hat. Genau, stell ich mal hier hin. Aber guck mal, wir können mittlerweile Truppen nachproduzieren. Wenn wir denn Arbeiter hätten. Ist ja richtig beautiful. Na gut, das schafft ihr zu zweit. Ich würde mal sagen, sobald wir wieder Arbeiter haben. Weil 118 Nahrung haben wir ja schon. Ach, du schon wieder. Oh, oh. Lass dich bitte nicht killen. Ah. Ja gut. Ich glaube, du bleibst hier erstmal stehen, Freundchen. Äh, ich war dabei, Häuser abzugraben. Genau. Oh, in Trouble sind die auch noch. Hey, unser Soldat ist jetzt ein Meisterschutze. Was sollten wir jetzt direkt Soldaten pumpen und die Jägerin mal vernachlässigen? Weil Nahrungsprobleme sollte man so schnell keine mehr bekommen, wenn wir rechtzeitig erweitern. Und wenn wir nicht schlechtes Problem mit dem Holz hätten. Na gut, vier Arbeiter für eine Sägemühle. Das wird jetzt alles ein bisschen dauern. Geh mal einen Meter vor. Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Das musst du schon selber herausfinden, Freundchen. Wunderbar. Ach ja, Holz kostet ja auch Holz. Nö, Eisen. Eisen haben wir ja zum Glück. Aber Bessie was. Hm. Gut, ich würde schon gerne die Acht hier mitnehmen, aber könnte halt problematisch werden. Und das ist momentan der einzigste Wald. Dementsprechend würde ich mal sagen, nehmen wir nur die Sieben. Denn wer will denn hier schon gierig werden, ne? Denn immer, wenn hier jemand gierig wird, dann gehen wir drauf. Ja, du bist auch bald ein Veteran. So schön. Guck mal, da kommen wieder ein paar Runner angerannt. Ähm. Schaffst du die alleine? Na, wunderbar. Es kommt Verstärkung. Wunderbar. Ach, schon wieder keine Arbeiter mehr, weil... Holz. Ja gut, da werden wir uns jetzt langsam durchschleichen müssen. In welche Richtung erweitern wir als erstes? Tag 18 kommt schon die erste Welle. Es sind ja nur noch 10 Tage. Ja gut, da sollten wir uns mal langsam auch Gedanken über eine Verteidigungslinie machen. Schön brav Häuser upgraden. Ja, ihr geht mal ein paar Meter vor. Ähm. Hat sich gerade so angehört, als hätte ich irgendwo ne Jägerin verloren. Äh, äh. Können einfach paar Runner angerannt. Gut, du bleibst jetzt hier stehen. Du kommst mal da hier mit rüber. So, wir haben wieder elf Arbeiter. Ist doch schön. Der Ausbau geht ja wirklich sehr schleppend voran. Wo sind wir in Trouble? Ach, da vorne. Ist das in Ordnung, oder... Weiß ja nicht. Äh, geh mal bitte mit dazu. Ich glaub, wir haben hier in einem Wespennest gestochen. Schafft ihr das? Oh, da kommen ja noch mehr. Ähm. Geh mal bitte hier rüber. Äh, 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 ja. So viel zum Thema Soldaten, ne? Kannst du dir ein bisschen an der Nase herumführen? Ähm, 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 ähm. At your service. Great. Commander? Äh, äh. Genau, lenkt die mal alle ab. Come on. Das steigert ja unsere Überlebenschancen ein bisschen. Wunderbar. Das haben wir gerade so noch hinbekommen. Naja, our forces are in danger. Oh, ich verstehe schon. Keine Sorge. Äh, wir hatten jetzt mal Zeit für ein paar große Ballisten, wenn wir sie mit Gold beisammen hätten. Ähm. Willst du dich da kraulen, oder was? Ui, ui, ui. Das haben wir ja geschickt hinbekommen. Wir kommen halt mit dem Klieren auch nicht voran. Oh, Moment. Na komm, ich wollte die Ballistas. Oh, bei. Die sind ja schweineteuer von der Produktion her. Vom Aufbau. Hm. Machen wir es erstmal so. Dann haben wir hier noch einen Soldaten dazwischen. Der nächste Goldtick kommt bestimmt. Wenn wir gleich wieder Holz haben, erweitern wir das Gebiet nochmal ein bisschen. Hm. Und zwar hier hin. Ich weiß nicht, ob alles okay ist. Genau, ihr ballert einfach mal munter runter. Munter runter. Hä, hä, hä. Und was wird es gemacht? So. Ihr drei holt euch natürlich mal die hier ab. Dann wird er schon. So. Mal wieder Pause machen. Kann ich euch so aufbauen oder erstmal upgraden? Würde mal sagen, erstmal upgraden. Die fünf Zelte sind ja schnell upgradet. Nahrung wird langsam wieder knapp. Und Strom. Hm. Gut, Häuser kosten immerhin. Keine Dingskirchen. Kein Holz. Da auch schon mal ein Anfang. Na gut. Bis wir die Energie haben, können wir wieder ein bisschen warten. Genau, mach die mal einfach platt. Schau dir mal ein paar Meter vor. Tag 10. Schafft ihr das? Ja, ich denke schon. Ähm. Geht mal bitte mit dazu, Leute. Ja, wunderbar. Das haut so hin. Naja, geht mal hier ein paar Meter vor. Und ihr könnt hier auch mitballern. Sonst sollte ich nicht so kleine Truppen losschicken. Auf jeden Fall komme ich auch ein bisschen upgraden. Da sollten wir hier noch eine Soldatentruppe da hochschicken. Genau, ballert da einfach. Die hier noch Zombies irgendwo in der Nähe. Die wir abschlachten können. Na gut, zu dritt kommt ihr klar. Wirst du schon mal anfangen. So, Häuser. Gut, dann müsst ihr halt den längeren Weg außen rumlaufen. Dann fehlt es mir an Materialien. Äh, Nahrung schon wieder. Böse Nahrung. Gut, hier kann ich keine Fischerhütte hinsetzen. Wegen den Gleisen, weil die zu dicht dran sind. Hm. Doof. Aber hier kann ich eine Fischerhütte hinsetzen. Hier könnte ich eventuell auch eine Jagdhütte hinsetzen. Hey, kein 240 Gold, Dingskirchen. Tag 11. Dann müssen wir mal langsam schauen, wie wir das hinbekommen. Oder Truppenverteilung her. Macht ihr mal platt da hinten. Könnt ihr hier noch einen Meter ran? Ja, da baue ich gerade sowas. Ich glaube, die nächsten Soldaten gehen dann hier mit dazu. Wuiuiui, Ballad, Leute. Oh, Great Ideas, sagt er. Ist doch schön. Ich mag es, gute Ideen zu haben. Ähm, wo schicke ich euch hin? Darüber. Na komm, baue noch einen. Oh, ihr seid in trouble. Zieh dich mal hinter deine Kumpel zurück. Ähm. Ist das jetzt ein Problem hier? Uiuiui, anscheinend schon. Ja, da kreischt schon wieder irgendetwas. Moment. Oh. Mein Gott. Oh, oh. Leute. Komm, komm mal. Komm mal. Ähm. Äh, äh. Oh, oh. Könnt ihr mal... ...ein bisschen beeilen? Ja, da habe ich mir ins Nerven verloren. Ich glaube, die Mission habe ich gerade soeben verhauen. Ist ja fies. Äh. Wo rennt ihr denn hin? Töten? Nee. Kann ich eigentlich aufgeben, weil... Willst du das machen? Jetzt kommen sie hier auch noch angelaufen. Ja, das passiert, wenn man auf Soldaten setzt. Uiuiui. Ja gut. Könnt ihr das mal bitte alles platt machen? Ja, ja, macht ruhig weiter. Hm. Ja, die haben jetzt schon keinen Bock mehr. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ei, 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 ei. Na gut, meine Schnuffels, ich würde mal sagen... In der nächsten Folge... ...schlagen wir hier nochmal so richtig zu. Ja, probieren es nochmal. Also, meine Schnuffels, bis zum nächsten Mal. Tschöö. Brrr.